Hallöchen zusammen, ich bin hier in der kleinen Hütte am Window Walk und hier auf dem Tisch, schön zu sehen, steht eine Flasche Karibiker rum. Die können da nicht nur sammeln, die können da auch saufen, wenn ihr Lust habt. So, also direkt vorne am Tisch, neben der Tür. Ich zeige euch das Ganze nochmal kurz auf der Karte. Nämlich, wie gesagt, hier in der kleinen Hütte am Window Walk. Ich bin mir sicher, ihr findet das und ich hoffe, ich konnte euch helfen. Ich freue mich auch über Kommentare und Likes und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, bye bye.